Musik Dieter Laser als Jean Glückstadt in einem Film von Ulf Mier. Einbruch und Diebstahl. Vielleicht sich doch so etwas sagt. Ich weiß nicht, was du an ihm findest. Ach, du doch nicht so. Schöne Augen hast du ihm gemacht. Eine Wespe. Da hat sie mich gestochen. Schnell, du musst den Stachel rausziehen. Oder willst du, dass ich sterbe? Vielleicht ist noch was drin. Ach, du meinst nur, der Schwache muss ich fügen. Du hast das bisschen Geld auch noch vertrunken? Ich trauge nichts. Nie wieder werde ich dich schlagen. Du wirst es doch wieder tun. Also gut, dann erzählen Sie mal genau, was Sie gesehen und was Sie gehört haben. Sieh an, der wackere Arbeitsmann. Da bist du ja. Hast ja ewig gebraucht vom Feld bis hierher. Ich darf nicht mit dir gesehen werden. Das Leben ist schwer genug. Der Film John Glückstadt erhielt zwei Bundesfilmpreise. Ulf Mie für Regie und Dieter Laser als bester männlicher Darsteller. Verhalten Sie Ihres Amtes, Bohm. Ich behalte ihn im Auge. Noch eine Bewegung mehr und ich lass dich in Ketten mitnehmen. Ich hole dich wieder, Christine. Dann fahren wir zusammen über das große Meer nach Amerika. John Glückstadt ist deutscher Beitrag bei den Berliner Filmfestspielen.